Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda The Windracker HD. Ich bin Mahadevi und ich sammle heute Triforce-Splitter, die man so einzeln findet, also halt so in Kisten, nicht wo man die Karte wie damals vorher man brauchte. Ach, ihr wisst, was ich meine, ihr werdet sehen. Auf Portmore befindet sich kein Triforce-Splitter, aber hier müssen wir trotzdem hin, um Triforce-Splitter freizuschalten. Okay, sie möchte 20, ähm... Warte mal. Genau, ich muss jetzt erstmal ihre freche Bande zähmen. Dann muss ich ihr 20 Glücksamulette bringen und dann kann ich ins niemals Land. Und da muss ich hin, ähm... weil sich dort ein Triforce-Splitter verschwirkt. Dafür muss ich erstmal Versteck spielen. Und wir sehen schon, der erste rennt da hinten lang. Und dem rennen wir doch glatt mal hinterher. Naja. Rennen trifft es nicht ganz. Was ist er denn jetzt? Da ist er! Und jetzt müssen wir ihn noch fangen. Dazu reicht es aber, ihn anzustupsen. Und in letzter Weise wartet er auch auf uns, wenn wir zu lange brauchen. Oh, fick dich, Mann! Mit dir wollte ich gar nicht reden! Scheiß Emo, ey! Oh! Und die können Haken schlagen, die Viecher. Kleine, verdammte... ...gefangen. So, der nächste... ...verbirgt sich hinter dem Bumpenladen. Hier waren wir ja schon mal. Als damals der Sturm losbrach... ...und Ich-Task... ...zerstört wurde... So, da hinten haben wir ihn schon gesehen. Da ist er! Und den müssen wir jetzt auch einfangen. Und die... ...können sie beschissen ausweichen. Okay, geschafft! Zeit für Nummer 3! Nummer 3 verbirgt sich... ...hinter dem Grabstein von Mr. Travolta. Nein! Ach, scheiße. Man kann diese Quest natürlich auch schon viel früher machen. Man muss nicht damit so lange warten, wie ich es jetzt gemacht habe. Nur ich hatte einfach vorher keine Lust dazu. Dachte, ich komme vielleicht auch ohne die Urkunde aus. Tja, offensichtlich nicht. Okay. So, gefangen. Der nächste... Da ist er. Hält sich für besonders klug? Ist er aber nicht. Ich hasse Kinder So, alle gefangen Geil, Mann Es gibt ein Herzteil Ja, jetzt soll ich mich Für die Belgier auch noch entschuldigen, ey Voll die Mem Oh, mein Auge tut weh Ja gut, das lohnt sich ja richtig, wa? Tja, Kinos Hättet das mal selber gemacht Vielleicht hättet ihr die 50 Rubine bekommen Ah, mein Mikro ein bisschen hochschieben Das hängt mir immer noch ziemlich ätzend vor der Nase rum Hm, ich muss den Faden abschneiden Ich bin schon über 30 von dem Scheiß So Ich weiß auch ungefähr, welches Glücksamulett zu meinen Nicht hier, sondern Hier ist eins, oder?